Den größten Unterschied bei SSD hat immer die Community gemacht. Wenn die Community jetzt ein gutes Promotion-Tool bekommt, dann können wir auch ohne Probleme auf 10, 20, 30 oder mehr Cent gehen, All-Time-High, sehe ich nicht als das Problem. Weil denken wir ein Jahr zurück, wo wir beim letzten All-Time-High waren oder bei einem extremen Hoch waren von über 20 Cent, das hat die Community ausgelöst, die gemeinsam den Belief hatte, die gemeinsam darauf gehofft hat, dass die Influencer das tun, was sie versprechen. Und deswegen haben wir über 40 Millionen Dollar in vier Wochen das Projekt bewegt. Da war nicht ein technischer Fortschritt oder sonst irgendwas verantwortlich, es war die Community verantwortlich. Deswegen konzentriere ich mich dieses Jahr so sehr auch auf Eigen-Promotion, dass ich selbst die Verantwortung in der Promotion übernehme, mit Dennis gemeinsam, ich gebe den Leuten aus der Community ein gutes Vertriebs-Tool. Weil ich eben weiß, den größten Unterschied kann die Community machen. Klar, ich freue mich auf den Geburtstag, wo jetzt eben Lucky Hash gelauncht wird, also Ende des Monats, wo eben Design-Update gibt, wo es einfach alles auch schicker, besser und so weiter ausschaut. Aber in Wahrheit, den größten Unterschied macht die Community. Es ist und bleibt ein Community-Projekt. Ich glaube auch, wenn die Leute mal wieder sehen, 1, 2, 3 Cent ist möglich, dann hört das auch auf, dass die Leute abverkaufen, sondern es beginnt wirklich wieder, die Momentum-Phase nachzukaufen.